In der Fraktion Midnight gab es einige Konflikte. Daraufhin entschloss sich eine Gruppe die Leitung von Midnight zu stürzen und die Fraktion neu aufzubauen. Doch leider war in der großen Gruppe ein Ein- und Dreisiger. Deshalb wurden die Köpfe der Verschwörung einzeln hingerichtet, damit es niemals zum Putsch kommt. Die Kugel ist in der Nähe von Midnight. Die Kugel ist in der Nähe von Midnight. Gibt es los? Ja. Wollte sich aus seinem Handy nicht fallen, oder? Weil er mehr weiß, als er uns zugeben möchte. Ich meine, wer ist bitte schön am Telefonieren und will sein Handy nicht wegpacken. Ja. Wie? Ah, ich bin hoch. Oh nein. Oh nein. Eins hasse ich in der Familie. Jedenfalls dreckige Einunddreißiger, die einfach nicht ihre Wahrheit sagen. Das ist halt so. War auch nicht schwer gerade herauszufinden, dass er mit da drin hängt. Ich hätte den echt fast laufen lassen und hätte auf Tobias gewartet. Aber nachdem ich dann gemerkt habe, dass er im Gespräch war... Ja. Ja, ich habe ihn auch nochmal versucht anzusehen. Jungs. Endlich. Ich habe lange auf diesen Zeitpunkt gewartet. Ja. 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 Errollen, nerittuch. Hick, tickt, tickt. Wie ein Banditboi! Wart unter Scherz, komm im Keller ruf, ich geb dir bisschen Sauna-Belash Und du kommst nicht mehr raus, legst deine Tränen ab Du verdurstest im Rausch, was hat dir dieses Change gebracht? Olle, mach dir nix draus, glaub mir, ich hätte dich eh geschnappt Ich nehm alles im Kals, ich nehm alles im Kals, ich nehm dich mit dieser Regen an Hebt eure Hände in die Luft, weil ich weiß, dass du scheiße, wenn du dich schissen Komm, 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 was willst du machen? Fuh, auf, 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 auf Ja, Kugel im Laufe der Kanon, bis er geh mir aus dem Weg, sonst verbrennst du dich So und nicht anders, dein Freund glaubt mit dieser Art von Bellabella kennst du nicht Hebt eure Hände in die Luft, weil ich weiß, dass du scheiße, wenn du dich schissen Spiel dich mit uns und verbrot, es macht klick mir egal, in welcher Gang du bist Weil er mehr weiß, als er uns zu, weil er zugehen möchte ��안 kam monsters in der chapters WHAT ARE THE E I MAD ARTY TEACHT ARTY TEAS ARTY TEACHT ARTY TEACHT ARTY TEACHT ARTY TEACHT ARTY TEACHT Diese Vatik und sie bretet alles weg. Keine Gnade, Geisel nahm, bis du kriegst. Wallabrate, diese Tage sind zu mies. Aber diese ganzen Nutzer wollen bief. Und sie machen mir oft schief, die Bogen fallen bief. Mach nicht auf Babo, du Pisser. Ich mach die Gott, verdammte Mio und die Bande ist sicher. Mir ist egal, ob du ein Stecher oder Psychopath wirst. Fuck this, dieser überkrasse Psychopath faked. Bleiben Sie sofort stehen. LSBD, aussteigen. Was? Warum? Aussteigen. Können Sie den Grund nennen, bitte? Jungs, wir müssen den Call geben. Wir hauen jetzt ab hier, oder? Aussteigen. Aussteigen. Lass den Call geben. Wir müssen schießen, wir sind einer mehr, Jungs. Hallo. Ja, wenn Sie nicht reden. Einmal aussteigen, bitte. Deswegen parken Sie uns so zu. Gleich kommt Verstärkung, wir haben keine Zeit. Einmal aussteigen. Ich werde verschießen. Okay, sie haben rausgehend. Weg, weg, weg. Die Projektile fallen im Sekundentakt. Sekundentakt. Mit der Maske bleiben meine Brüder unbekannt. Bleiben unbekannt. Und wenn der Polisamt ja wieder seine Runden macht. Seine Runden macht. Bleiben wir da, wo wir sind, das ist unsere Stadt. Das ist unsere Stadt. Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Geh mir aus dem Wingshaus, verbrennst du dich So und nicht anders, mein Freund Doch mit dieser Art von Bella Bella kennst du nicht Natürlich haben wir keine... Was ist das? 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 Okay, Punkt, Rest oder Rehgagel Ich hab ne Klatsche, du bist ne Fliege Ich lebe diese Schiene mit Alles inklusive, eine eklige Ruhe Hände hoch Hände hoch Hände hoch Und... Ich wollte dich aus dein Handy nicht hinlegen, ne Hände hoch Hände hoch Hände hoch Ratsache Das Krokoses Gonia Rod Danke Nach CNN Schlairs 2. 1. 2. 1. 1. Die Autos, das Feuer, der Mann, Räger, was wollen alle diese Leute von mir? Ey, ich bin nicht froh, als wir heute riskieren. Ja, ja, meinte, meinte, meinte. Ey, Jungs, halt Klocki, guck, was da was ist. Wird? Schnapp mal, das Krokodil, was? Kommt die Artergarage hin. Nein, warte, du! Schnapp mal, das Krokodil, Krokodil, Schnapp mal, Räger, Jungs, doch, Läger, gib uns was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil, es fehlt in der Nacht, was schnapp. Schnapp mal, das Krokodil, Krokodil, Schnapp, egal was du hast, Läger, gib ihn was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil wieder in der Nacht, was schnapp. Schnapp mal, das Krokodil, Krokodil, Schnapp. Egal, was du hast, Läger, gib uns was ab. Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil, überhör, S Ник, doch, was das Krokodil macht. Ja, Läger, schmeckt echt. Ich hab 10 Wespen und 2 AKs geklaut. 10 Wespen... Easy, Bruder, fahr, fahr hoch hier. Ey, ey. Hallo. Wir fordern was. Ja, ja. Wir fordern was. Nimm mal Carsten und 70 Max. Warum eigentlich Spawner? 70 Max. Weil 70 Max sind viel zu wenig. Ja, sicher. Dachst du? Sack, sag. Sack, sag. Sack, sag. Sack, sag. Sack, sag. Sack, sag. Sack, sag, heute die Waffenbrüte hat schon geschmeckt. Sag mal, frag mal wie viel der wehrt was. Er hat gedacht wie ein Schwein. Sack den, sag den Bruder. Er hat sich ein und krass die gerade. Ah, okay, okay.